Musik Bei Ihnen ist eine Röntgenuntersuchung der Brust, eine sogenannte Mammographie geplant. Die Mammographie ist ein sehr sensibles Verfahren, mit dem schon kleinste Veränderungen des Brustgewebes erkannt und eingeordnet werden können. Durch diese spezielle Röntgenuntersuchung können Veränderungen oft schon sehr frühzeitig erfasst werden. Die Mammographie ist bei allen Frauen zwischen 50 und 69 Jahren zur Früherkennung empfohlen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020